Polarlichter kommen auf Deutschland zu, denn am Donnerstag wird ein geomagnetischer Sturm aufziehen. Der wird erst einmal nur schwach ausfallen, aber der hat das Potenzial noch stärker zu werden, denn es gab so einen koronalen Masseauswurf auf der Sonne und der war ungewöhnlich lang. Das heißt, es könnte auch noch stärker werden. Am Freitag nimmt das Ganze dann schon wieder ab. Es wird vor allem natürlich den Norden Deutschlands treffen, das ist jetzt schon klar. Aber wie gesagt, es könnte sogar stärker werden und dann werden sogar vielleicht Köln und Berlin mit in der Zone, die Polarlichter sehen könnten. Also schauen wir mal, was passiert ist. Das ist mal die Sonne. Man sieht richtig schön diesen Auswurf, der da passiert ist vom 17. auf den 18. Juli. Und wenn man sich diesen Partikelstrom nochmal anguckt, dann sieht man, da kommt ganz schön was auf uns zu. So, was heißt das jetzt? Wir müssen natürlich auch ein bisschen aufs Wetter gucken. Also wenn Wolken werden, wird man nichts sehen, aber es gibt ganz gute Nachrichten. Gerade im Norden wird es ganz gut werden, das Wetter, wenn die Sonne dann untergeht, gehen die Schauer auch ein und die Wolken lösen sich auch. Auch im Osten sieht es ganz gut aus. Im Westen wiederum wird man Wolken haben. Also selbst wenn Polarlichter auftreten sollten, muss man Glück haben und die Wolkenlücke treffen. Auf jeden Fall ist es so, dass Polarlichter nach Deutschland kommen, wenn nicht ganz in den Norden, dann vielleicht sogar ein bisschen weiter südlich. Also es kommt ein Himmelsspektakel auf uns zu am späten Donnerstagabend. Die besten Feierersagen für den Ort finden Sie auf www.weiser.com. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.